Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder, Friedrich Schiller, A Winter is Coming, Game of Thrones. Viele Generationen lang haben sich Künstler mit der Liebe beschäftigt. Ich würde sagen, das Thema ist also weitestgehend abgearbeitet, außer natürlich für Helene Fischer. Die arbeitet sich da gerade erst voll ein. Heute erschließt sich die Liebe durch den Beziehungsstatus. Die Zeiten von kleinen Zetteln, auf denen stand, ja, nein, vielleicht sind vorbei. Heute gibt es folgende digitale Auswahlmöglichkeiten. Single, vergeben, es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Meine Fresse, ist das kompliziert? Ich kann dir gar nicht sagen, wie kompliziert das ist. Meine alte Haut nicht. Dann doch lieber simpel. Getrennt, spätestens in dieser Phase beginnt jeder noch so unkommandaktive Mensch, alles rauszuhauen, was an lyrischem Talent da ist. Per Brief, betrunkenen SMS, morgens um vier oder beim letzten Mal Skype-Termin ohne Hose. Das ist oft traurig. Deswegen mag ich die Liebe nicht. Ich mag den Hass. Eigentlich sind das zwei sehr ähnliche Gefühle. Extrem impulsiv, leidenschaftlich. Wer hat raus verliebt? Und wer hasst irgendjemanden? Das sind schon mal ein paar. Hasst euch. Traut euch zu hassen. Wäre das nicht schön, wenn man statt Liebes auch Hassbriefe schreiben könnte? Ich denke an dich. Und in mir explodiert irgendwas. Du bist der erste Gedanke, wenn ich aufstehe. Mein letzter Gedanke, wenn ich einschlafe. Ich würde dir gerne sehr nah sein. Dir an die Augen sehen. Dich mit beiden Händen fest umarmen. Vor allem im Halsbereich. Wo ist denn der Hass? Klar, kannst du dich über deine Liebe definieren. Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblingsstellung. Aber erkennt man das Innere eines Menschen nicht dann, wenn ihr dir ehrlich offenbart, was ihn so richtig, richtig anpisst. Hassfarbe, Hassessen, Hassbads, Hassorte und Hassmenschen. Ja, vor allem bei den Menschen, da wird es spannend. Jeder kennt Menschen, die man toll findet und mag. Aber ein Hassmensch, der Erzivale, der persönliche Todfeind, wie selten das so heißt. Was wäre Joker ohne den Batman? Was wäre Gagermädel ohne die Schlümpfe? Manche Menschen definieren sich alleine darüber, dass sie alle gemeinsam dasselbe hassen. Kinder hassen Spinat, Kölner hassen Düsseldorf und Emos hassen sich selbst. Die Musikmus kriegt ihr den Bach runter, weil jeder Fan von allem ist. Heute kannst du Hip-Hop hören und auf Metalfestivals gehen. Früher hätte sich ein solches motiviertes Mischwesen aus Selbsthass wie Rumpelstietzchen selbst am Beinchen auseinandergerissen. Wo ist denn der Hass? Ich vermisse ihn. Ich hab kein Liebes, sondern Hasskummer. Ich will kein Lieder über Toleranz hören, sondern über Hass. Ich will Geschichten, wo der Fuchs und der Hass sich gute Nacht sagen. Immer wenn es Leben ist, muss ich an dich denken. Hass, bis auf die Knochen, standest du da. Ich will eine Firma mit David Hasselhoff. Hasselhoff ist Kuchen und Essen. Ein Abo vom Huster und ich will mir auf die Finger Hate und Hate tätowieren. Das Problem ist, der Hass ist nur in bestimmten Fällen gesellschaftsfähig. Beispielsweise in bestimmten Religionen, im politisch-rechten Spektrum oder bei Politessen. Jeder hasst Politessen. Warum? Weil man es nicht gelernt hat. Eine ordentliche Hasssozialisierung fehlt uns heutzutage. Wir hätten auf Toleranz geeicht und bloß nicht zu extrem zu werden. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Wie schön wäre die Welt, wenn wir alle früh genug angefangen würden zu hassen. In der Schule würde man nicht lernen zu hassen, weil man Mobbingopfer ist von älteren Schülern, vom Hausmeister, vom Schuler, sondern weil es Unterrichtsstoff ist. Man begibt sich ja eben als der deutschen Klassiker, wenn es um Hass geht. Und wie großartig wäre es doch, wenn sich die Dichter und Denker unseres Landes nicht in schwitziger Liebe zu irgendwelchen Flickchen vergossen hätten, sondern in praxisnahem Hass. Ich stelle mir manchmal vor, wie sich Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe in Disstracks gegenseitig der jürischen Garaus gemacht haben. Statt in normaler freundschaftlicher Korrespondenz zu stehen, betteln sich die beiden in Grund und Boden. Und zwar Autor gegen Autor, Weimar gegen Jena, die East Coast gegen die East Coast. Selbstkass zerfressen und die eigene Scheißigkeit auf die Puderperrücke des Gegenübers projiziert. Das könnte so klingen. Friedrich Schiller, wo zur Hölle, hörte ich denn diesen Namen? Ach ja, über der Liste, die zehn beschissensten Dramen. Auch als Unterrichtsstoff bist du leider nicht geil. Die Kids können zwar die Glocke, aber keiner hat Style. Antwort. Faust 1 wäre ganz nice, doch 3-2-Raf keine Sau. Ich schreibe denn eigentlich deine Texte. Deine Frau? Sorry, hast du gerade keine, war mir gerade nicht bewusst. Noch eine Frage, warum sterben bei dir denn all die Lappen am Schluss? Wieso lässt du blödes Arsch auch denn den Werther Langelei? Nenn sie ficken sollen und sagen, ey sorry, wirft nichts mit uns beiden. Bevor ich gehe, schreibe ich noch ein geiles Gedicht. Und was sind deine letzten Worte? Mehr nicht. Also verstehe mich nicht falsch, das ist kein Aufruf zur Revolte und kein Aufruf zur Gewalt, aber klare Feindbilder sind wichtig. Ohne Hass keine Liebe, wir brauchen doch ein Gegengewicht, um uns emotional fallen lassen zu können. Wer nicht hasst, der kann nicht lieben. Da gibt es keine Extreme, da dümmelt man im Mittelmaß vor sich hin und hat eine Gefühlsabitude zwischen Jo, geht so gut, ganz okay. Wie langweilig, keiner will gehasst werden, aber wie weh tut das doch, wenn man jemandem vollkommen egal wird. Wenn das gegen Wintersport wäre, dann fehlt ohne Hass die Abfahrt, der Biathlon und der Weitsprung. Dann bist du allein, hast hässliche Klamotten an und gehst im Wald langlaufen. Der Hass wird langsam, aber schnell geliebt, sagt Don Juan. Und wenn ihr das mit dem Hass heute Abend nicht mehr hinbekommt, weil das zu lange dauert, dann vielleicht zumindest das mit der Liebe. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020